Schönen guten Morgen miteinander zum zweiten Teil von unserem Zürich-Deutsch-Sprachkurs. Mein Name ist Heinz Dörrer. Jeder von Ihnen tut jetzt wieder einen Satz nachreden. Zuerst, unsere liebe Damen aus Thailand, Frau Toku Mengenem. Wir dürfen heute miteinander fluchen. Können Sie mir bitte nachsagen, Frau Mengenem, du verdammte Schafsickel. Na, hör auf, verdammte Toteckel. Ja, können Sie sagen Schafsickel. Toteckel. Jawohl, kommt gut. Gut. Dann haben wir den Herr Wundraczik. Guten Morgen, Herr Wundraczik. Morgen, Mann. Für Sie auch ein Wort. Du volltubbel, du. Du volltubbel. Mhm. Schauen Sie hin, dass Sie es du nochmal sagen. Du volltubbel, du. Du volltubbel, du. Jawohl, gut. So, und dann der Herr Poudins aus dem Bündnerland. Herr Jasper Poudins, Sie haben ein bisschen Mühe gehabt letztes Mal. Für Sie jetzt den Satz, du Arschgesicht. Du Arschgesicht. Nein, bin ich nicht zufrieden. Und dann nochmal, du Arschgesicht. Nein, es heisst nicht Gesicht, es heisst Gesicht. Sie können es einfach nicht, Herr Poudins. Ah, du bist doch ein Arschloch. Ah ja, gesehen Sie, es geht ja. Gehen Sie sich noch ein bisschen Mühe.